Okay, und wieder war das Video viel zu früh beendet. Ich glaub es nicht. Tut mir leid, aber ich muss noch ein bisschen besser auf die Uhr gucken. Ich kann die Uhr nicht. Ich war nicht in der Schule und so. Wie Link. Ich bin halt wie Link, ne? Ich geh nicht zur Schule, kann nicht lesen, kann die Uhr nicht. Hä, was ist jetzt passiert? Hey, wo ist die Pflanze hin? Oh, alles klar. Ich bin Link und das find ich so mega cool. Jetzt bin ich eine Nuchen-Deku. So, und hab. Alles klar. Ah, jetzt kommt diese coole Flugsegeleinlage. Hoffentlich schaff ich das. Wow, zack, fallen lassen und zu. Ah, das muss ich gerne noch komisch da rübergrinden. Zack, dich grinden. Ich meine natürlich gliden. Trap. So. Ach man, du trist doch eh nicht, Mann. Höp. So. Nicht getroffen. Dann nippen. Höp. So. So! Zack! So! Und gleich sind wir schon in der zweiten Abteil. Oh Mann, es regnet! Am zweiten Tag regnet es und die sind trotzdem alle so stinkig. Die müssen sich doch eigentlich freuen, weil sie nicht mal wieder Frischwasser kriegen. Oh, das war ein Fehler. Verdammt! Verdammt! Verdammt, Link! Ich mach... Oh! Habt ihr das gesehen? Mit seinen Stummelernchen hat er sich doch noch raufgerettet. Ey, das ist so Hammer! Ich bin so cool, Link ist so cool, wir sind alle so cool. Hap, zack. So. Oh, ich hab ja nur drei Herzen, ey. Aber das ist interessant, weil eigentlich, wenn ich, ich glaube, bevor ich den Dämmerwald-Tempel betrete, hab ich eigentlich für gewöhnlich denn schon sechs Herzen. Also noch drei dazu. Also hab ich dann schon zwölf Herzteile eingesammelt, bevor ich überhaupt in den Dämmerwald-Tempel gehe. Ja, doch, das müsstest du schaffen sein. Aber wir wollen ja diesmal nur mit drei Herzen das Spiel durchspielen. So, du komischer Affe, ich will mich gar nicht lange vorstellen und dir gleich mein cooles Instrument zeigen. Weil du doch auf irgendwie übels anspringst. Ja, genau, die meinte ich, ja, Deku-Pfeifen. Äh, nebenbei mal gesagt, wer bist denn du? Boah, du kennst mich nicht? Oh, guck mal da, das ist der besagte Deku-König. Der ist fett und hat eine übelst krasse Frisur. Genau wie ich. Hat der Dämmerwald-Tempel, hast du mich verstanden? Äh, nee, ich hab's nicht gecheckt. Ich bin blond. Erklär's mir doch mal. Mann, bist du bescheuert? Ich war mit der Brötestin unterwegs und die wurde dann an Deku-Tempel entführt. Gecheckt? Äh, alles klar, Mann. Hey, wo ist die Musik hin? Ich glaube, die haben uns entdeckt. Äh, na klar, ich will die Brötestin für dich retten, solange sie hübsch ist. Sehr gut, dann lass mich dir die Melodie lernen, die den Tempel öffnet. Äh, okay. Spitz die Ohren. Äh, momentan hab ich keine Ohren. Dann muss ich mich erst zurückverwandeln, aber dann... Na, okay. Bup. Okay, Achtung, wir zocken jetzt das Lied des Erwachens, glaube ich, war's. Ja, war das gut? Ach, ich find das auch immer so schön, wenn... wenn ich ein neues Lied erlerne, dann wird es auch immer so schön in Szene gesetzt und alle gucken und sich freuen. Der Butler! Habt ihr grad den Butler gesehen? Das kauft dann doch keiner ab. Und der Lego-König mit seinem Eierschutz. Oder was da sein Genital verdecken soll. Ich glaub's nicht. Und die Achsenhaare von dem. Habt ihr die Achsenhaare vom Lego-König gesehen? Warte, wir sehen ihn gleich nochmal. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Guckt euch das mal an. Das, das, das. Ey, der soll sie mal rasieren. Wir sind im 20. Jahrhundert. Haare sind out. Aus auf dem Kopf. Die Bestrafung beginnt. Und schmeißt diesen kleinen, arischen Typen heraus. Oh nein. Ah, Diskriminierung. Schnell, du musst die Abkürzung zum Dämonwald nehmen. Und damit alles klar geht. Du musst dich beeilen. Oh, du. Ich bin wieder rausgeschmissen. So. Zap. I know, jetzt lernen wir auch das neue Lied. Und dann kann ich eigentlich die Eulen-Statuen benutzen. Und mich überall hinbeamen, wo ich will. Wo sind wir denn hier? Oh nein, komische Viecher. Die kleinen wir mal schnell ab. Ich hoffe, es klappt. Und es klappt natürlich nicht. Komm her, hier. Hauwam. So, hüpf, hopp. Hui. Geh weg. Gehst du weg. Ganz böse. Okay, jetzt ist es abgehauen. Hüpf. So, und dann gehen wir hier noch schnell rein. Ja, komm her, komm her. Er schafft. Voll umgenietet. Hopp. Stopp. Hopp. Oh, das Wasser sieht irgendwie so giftig aus von hier oben. Haben sie cool ins Zähne gesetzt, wie ich finde. Hopp. Zap. So, und da ist auch schon unser Freund der Uhu. Den wir auch aus anderen Spielen schon kennen. Aber der ist irgendwie auch immer dabei. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht schaffe ich es? Ah, verdammt. Na, okay. Ich wollte noch schnell versuchen, mir die Maske vorher abzuziehen, weil ich das Lied als normaler Junge lernen wollte. Ich weiß, ich bin eine Eule und ich bin so beliebt, dass überall in der Welt vor mir Denkmäler rumstehen. Du kannst zu ihnen hingleiten, indem du dir Engelsflügel wachsen lässt, und zwar mit diesem Lied. Danke, du Eule, du. Ansehen. Das Lied hat nur drei Noten. Okay. Manchmal stellt sich Link auch an wie so ein Trottel, oder? Okay, jetzt komisch. Okay. Ich hab's kapiert. So, dann werden wir schnell mal zum Erzengel, und dann können wir uns überhin beamen. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? So, das sieht ja schwingend. Link, Mann, guck doch nicht so. Ah, so. Dann müssen wir noch mal kurz eine kleine Gleiteinlage machen. Gleiteinlage. Hopp. Uh. Fly away, wir fliegen. Hopp. So. Und schon sind wir... Oh mein Gott. Ein riesiger, mit Wasser gefüllter, ja, Vulkan würde ich beinahe sagen. Wir sind ja hier in so einem fetten Krater drinnen. Okay. Oh, ich freu mich schon. Wir sind bei dem ersten Tempel. Ich bin gespannt, wie lange ich für den brauche. Ich hoffe, vielleicht ein Video. Nein, das war natürlich nur... Das war ein schon übertriebener Scherz. Tschüss, Mann. Oh, okay. Ihr braucht doch zwei Anläufer. Jo. Wow. Vielleicht brauche ich für diesen Tempel... Ja, doch. Ich brauche schon bestimmt ein paar Videos. Mann, du Arsch. Ach, verdammt. Treffer. Ah. Oh, das war so knapp. Ey, habt ihr das gesehen? Hey, Deku, na, wie geht's dir scharf? Oh. Jetzt habe ich ihn getötet. So, und den bringe ich mal ganz cool um. Und zwar als Tarnkappenbomber. Zuhu. Waaat. Wenn das kein Volltreffer war. So. Und wir schaffen es noch, die Statue zu aktivieren und den Tempel raus zu befreien. Oh ja, schafft! So, aber dann beende ich das Video, egal wie lange ich noch Zeit habe. Aber es müsste genau hinkommen. Ich lasse den Tempel raus und dann besteigen wir ihn, äh, begehen wir ihn im nächsten Video. Hopp. Guck euch das mal, das sieht doch aus wie du. Ja, ich spiele auch gleich mal ein Lied drauf. Oh. Ach nee, warte. Mann, verdammt. So. Ja, hier soll der Opernsänger werden. Oder ich melde mich bei DSDS an. Boah, der Tempel. Der ist so groß. Man kommt mitten aus dem Wasser. Nur weil ich mal ein Lied gespielt habe. Boah. Wie majestätisch. Ja, da guck ich. Na, guck da, wa? So, und genau hier werden wir unser Lied. Und wir sehen uns gleich wieder. Und es geht sofort weiter. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.